Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Lego Let's Play, Herr der Ringe. Äh, ja, Gollum haben wir jetzt, äh, ja, runtergebrochen. Wir sind jetzt, äh, haben auch schon die Riesenspinne gesehen und Sam und Frodo sind hier wieder vereint auf, äh, kurz nach der geheimen Treppe. Schauen wir, was uns jetzt hier noch erwartet. Oh Gott, auf alle Fälle Steine, die ich nicht einsammeln konnte. Schlimm, schlimm, schlimm. Hm, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass ihn los, du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hm. Au! Ok, sie scheint Angst vor der Licht zu haben. Ja, die Wellen spinnen. Jetzt müssen wir uns zum Licht bewegen. So, gestimmt jetzt mit dem Schwert. Ich habe die Platte irgendwie getroffen. So, wie ist es jetzt hier? Ich bin so weit mehr und da! So, wie ist es jetzt hier? Ich bin so weit mehr und da! Es ist nicht so weit mehr. Was für dich? Da muss ich nicht mehr wegnehmen. ...der da muss ich nicht mehr wegnehmen. So, 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 so. So, 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 so. Oh, man, wir laufen. Ja, okay. So, so, so. So, so. So, so. So, da hat man dieine unas hier Iowa auf die Spinne drauf. Oh Gott, das ist gesledet. Warum ist der Wichtschirm? Weg! Oh, schweb doch. Hat mal wieder einen abgemurkst, he? Dieser Bursche ist nicht tot. In den Turm mit ihm! Foden weg! Das glänzende Hemd, das gehört mir! Ich lass mir gar nichts befehlen von stinkigen Morpulraten! Ah! 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 Wir haben den Ring genommen! Entschuldigung, aber das haben sie nicht! Oh! Komm her, Frodo! Ah! Ah! Schon ganz schöne... Augenringe jetzt mittlerweile. Die beiden. Ah! Ich wundere ein bisschen, der Ork, der jetzt da an der Spinne mitgelaufen ist, im Zweispieler-Modus, ist jetzt doch dann echt auf der Hände nur rumgestanden. Und dahinter ist nur... Ach so, dann kommt man da hin, wenn man Gimli jetzt hier dabei hat, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ach! So, das war jetzt die Statue. Oh! Alles kurz und kurz. Das sind Orks danach, dass sie so ungemütlich wie möglich haben. Oh, das ist ja geil. Oh, vielleicht sollte man nicht ganz so nah dran stehen. Oh, das war's nochmal. Vielleicht sitzt das Ding auf den Orsen. Na ja, vielleicht nicht ganz arme Orgen fallen. Aber jetzt sind sie vorgewarnt. Und sie haben Swerter. Streich. Äh, nur Stich. Ja, das war alles. Alles gut. Und waschzubau noch kaputt machen. Die hat man auch immer als Kränennest benutzt, ne? Für die Schiffe. Also, bei den Piraten-Lego direkt. Ah, fies noch zwei Blau. So. So, wenn wir ihn mal aufmachen. Oh mein Gott, so dappert Ah, ein ganz schönen Endoage hier von mir jetzt schon wieder weiter Die streiten sich um Gebäude. Keine Lebenserei. Ich kann aber zu spüren ausnehmen. Den Rest des Musiars versprennt. Die streiten sich aus. Die Treppe wieder. Ich muss wieder Ava-Bomb mit haben. Dass da was rauskommt. Ich kann aber mit den Gämmen. Aber die müssen sich ja irgendwo am anderen Ende der Welt umtreiben. Die Jungs, anstatt uns hier mal vernünftig zu unterstützen. Das ist alles. Alles in Ordnung. 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 Schaut sein, meine Bäume der Gläte zu Beschlägen. Okay, okay, guck mal hin. Ich fahre ganz viel raus. Okay. Das ist der Eingang, wo er in den Ork ist. Ich will die zweite Spreinchen stärken. Ein bisschen...viel. Jetzt kann ich hier irgendwie Spinnenleitzer kaputt machen. Und Holz. So, alles noch einsammeln. Okay, da sind wir noch ein bisschen viel da drinnen. Dann können wir wieder nichts machen. Ich bin hier nicht mehr. Ich bin hier nicht mehr. Was ist das? Ich bin hier nicht mehr. Ich bin hier nicht mehr. Ich bin hier nicht mehr. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr vor. Ah, da liegt dann im Leland. Bisschen, mal gucken. Ich tesse hier irgendwo in Leland einen... ... ähm, messen. So, und wir müssen einen Helm... ... und, äh, noch zwei Rüstungen finden, um uns hier dann als Orks auszugeben. ... ... und dann wird der Ork... ... und jetzt dusch doch, nein! Hallo! Oh, ey! ... 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 Ich muss sich nicht auf beide verkleiden. Ja, wir brauchen noch alles, wir sind noch zwei Teile. Mal gucken. Deine Helm auf. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal Feuer. Na, wie sieht's aus? Wir fackeln hier mal die... ...dass ab. Wir müssen mit dem Seil hier alles kurz so klein schlagen. Ah, dann hat man hier einen Katastrophe zu bauen. Ich verstehe. Ich verstehe, Junge. Okay, aber wenn es keine Spirne gibt... ...dass ab. Yeah, Hobbit schießen. Oh, wir wirft mit Krams nach uns. Ja, ich würde sagen, lassen wir ihn doch erst mal werfen. Wer vorher hat denn jetzt das gedacht? Ich werde dich zerreißen! Doch, ich nicht. Ich nicht. Schöne Dienerinnen. Ja, nice, nice, nice. Hier zusammenbauen. Dann kommt Bruder da auch hoch. Und den Helm rüber ins Petrol noch. Jetzt kommen wir zum Beispiel schon mal rein im Ort. Ich stehe hier mal früher mal wegpacken, glaube ich. Hier wieder noch versuchen, die Spinner... Es ist nicht so einfach, die Spinner zu treffen. Blababab. Stoppt sie! Mhm. Angreif! Was ist das? Ich muss das nicht aufhören, sondern ich muss das nicht aufhören. Wo sieht das so aus, dass es hier noch irgendwas nützliches gibt? Dann können wir eigentlich nochmal wieder hochgucken und schauen, was wir hier mit dem... Ist das hier irgendwas? Nein. Was ist denn da mit dem Ork, der... Kleiner Lebenspunkt wäre jetzt mal ganz schön, das stimmt schon. Tja, naja, die 20 Minuten sind um. Ich würde sagen, ich grügel dann jetzt nochmal ein bisschen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Tschüss!